Um bei Operationen das Risiko einer Wundinfektion möglichst klein zu halten, werden rund um einen chirurgischen Eingriff verschiedene Massnahmen ergriffen. Auch das Operationsteam ist eine Quelle von Keimen. Eine sorgfältige Vorbereitung ist deshalb wesentlich. Vor dem eigentlichen Einkleiden und Einwaschen wird blaue OP-Kleidung, bestehend aus Kasack und Hose, angezogen und Schmuck, falls vorhanden, abgelegt. Zum Einkleiden sollte das folgende Material bereit gelegt werden. Eine passende Haube. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bei der Wahl ist darauf zu achten, dass alle Haare abgedeckt werden können. Ein Mundschutz. Ein Kittelpack, das einen Kittel in der passenden Größe enthält, sowie zwei sterile Tücher zum Trocknen der Hände. Und ein Pack mit sterilen Handschuhen der passenden Größe. Liegt das Material bereit, wird die Haube angezogen. Haare und Koteletten müssen dabei vollständig bedeckt werden. Als nächstes wird der Mundschutz umgebunden. Dazu wird er erst für die Nase angeformt. Dann werden die oberen beiden Bänder hinter dem Kopf verknotet. Jetzt kann der Mundschutz übers Kinn gezogen und anschließend unten zugebunden werden. Nur wenn die Maske am oberen und unteren Rand gut anliegt, sitzt sie richtig. Der nächste Schritt ist das Vorbereiten des sterilen Materials. Das Kittelpack wird geöffnet und auf dem Tisch platziert. Der Kittel ist in Papier eingewickelt, das nun sorgfältig an den Ecken gefasst und vollständig ausgefaltet wird. So, dass das Papier nicht mehr zurückklappen kann. Die nicht desinfizierten Hände sollten dabei nicht über den sterilen Kittel gehalten werden. Auf keinen Fall darf die sterile Innenseite des Papiers berührt werden. Nun fehlen noch die sterilen Handschuhe. Das Handschuhpack wird so geöffnet, dass ein Inhalt auf den sterilen Bereich fällt, ohne dass man den Inhalt dabei berührt. Das Material liegt nun bereit und unser Chirurg kann übergehen zur Händedesinfektion. Zuerst müssen die Hände kontrolliert und bei sichtbarer Verschmutzung mit Wasser und normaler Seife gewaschen werden. Zur Reinigung der Nägel und nur der Nägel kann eine Bürste verwendet werden. Zur eigentlichen Händedesinfektion können Seifen auf Jod- bzw. Chlorhexidin-Basis oder eine spezifische Lösung auf Alkoholbasis verwendet werden. Die Desinfektion erfolgt in drei Schritten, die mit desinfizierender Seife je mindestens eine Minute dauern müssen, bei Alkohol mindestens 30 Sekunden. Bei Verwendung einer Alkohol-Lösung müssen die Hände und Arme nach einer allfälligen Reinigung zuerst gut getrocknet werden. Wird desinfizierende Seife aufgetragen, müssen die Arme bis über die Ellbogen nass sein. Dann verteilt man genügend Desinfektionsmittel überall auf Händen und Armen bis über die Ellbogen. Es ist zu beachten, dass die Hände während der ganzen Desinfektion höher gehalten werden als die Ellbogen. Dies, um zu verhindern, dass Flüssigkeit von den Ellbogen in Richtung der Hände fließt. Desinfizierende Seife wird nach einer Minute abgewaschen. Das hat immer von den Fingerspitzen zu den Ellbogen zu erfolgen. Die Hände müssen auch hier höher gehalten werden als die Ellbogen, damit das Wasser über die Ellbogen abfließt. Wird eine Alkohollösung verwendet, kann nach 30 Sekunden direkt zum zweiten Schritt übergegangen werden. Spätestens jetzt dürfen die Armaturen, etwa Seifenspender und Wasserhahn, nicht mehr mit den Händen bedient werden. Im zweiten Schritt werden Hände und Arme bis zur Mitte der Unterarme eingerieben. Nun wird mehr Gewicht auf das Desinfizieren der Hände gelegt. Im dritten und letzten Schritt werden nur noch die Hände eingeseift. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Fingerkuppen, den Fingerzwischenräumen, den Daumen und der dorsalen Seite der Finger. Nach einer Minute werden die Hände, sofern desinfizierende Seife verwendet wurde, zum letzten Mal mit Wasser abgespült, dann wird das Wasser abgestellt. Je nach System wird das Wasser per Infrarotsensor mit dem Knie oder mit dem Ellbogen geregelt. Nun kann unser Chirurg zurück zum vorbereiteten Material gehen. Wurde desinfizierende Seife verwendet, sind die Hände noch nass und müssen deshalb weiterhin über den Ellbogen gehalten werden. Zum Trocknen liegen oben auf dem Kittelpack zwei sterile Tücher. Mit einem davon wird die rechte Hand von den Fingern zum Ellbogen getrocknet. Das Tuch kann danach weggeworfen werden. Durch Hochhalten der Hände wird stets darauf geachtet, dass kein Wasser von den Ellbogen in Richtung der Hände fließt. Mit dem zweiten Tuch wird der andere Arm ebenso getrocknet. Nun geht's ans Einkleiden. Man fasst den sterilen Kittel bei den Schultern und dreht sich vom Tisch weg, so dass der Kittel mit nichts Unsterilem in Berührung kommt, während er sich ausfaltet. Der Kittel sollte dabei möglichst wenig geschüttelt werden. Der sterile Einwegkittel ist so gefaltet, dass die Innenseite aussen ist. Auch im zusammengefalteten Zustand ist der Kragen erkennbar. Der Kittel wird wie gezeigt aufgenommen. Der Kragen schaut zur Chirurgin. Dann können die Finger in die Taschen auf beiden Seiten gesteckt werden. Nachdem man sich vom Tisch weggedreht hat, kann der Kittel wie ein Buch nach außen aufgefaltet werden. Dann schlifft man beiderseits in die Ärmel. Die Hände müssen aber noch innerhalb der Bündchen bleiben. Eine Hilfsperson bindet den Kittel hinten zu. Jetzt können die sterilen Handschuhe angezogen werden. Beim Anziehen der Handschuhe muss darauf geachtet werden, genügend weit vom Tisch entfernt zu stehen, damit der Kittel nicht kontaminiert wird. Um das Kontaminationsrisiko zu senken, kann das Kittelpack etwas gedreht und eine Ecke über die Tischkante gefaltet werden. Hier wird das geschlossene Handschuhanziehen gezeigt, bei dem die Hand innerhalb des Ärmels bleibt, bis der Handschuh über den Ärmel gezogen ist. Der Bund der sterilen Handschuhe ist zu diesem Zweck zurückgefaltet. Das Papier um die Handschuhe wird geöffnet. Dann wird ein Handschuh entnommen und so auf die andere Hand gelegt, dass seine Fingerspitzen zu den Ellbogen zeigen. Jetzt fassen beide Hände durch die Kittelärmel hin durch den Bund des Handschuhs. Die linke Hand zieht den Bund des Handschuhs über den rechten Ärmel. Dann kann man die Hand in den Handschuh strecken. Dasselbe passiert mit dem zweiten Handschuh. Er wird richtig auf die Hand gelegt, Beide Hände fassen den Bund und die rechte Hand zieht den Handschuh über die andere Hand, die dann in den Handschuh gestreckt wird. Vorne am Kittel hat es eine blau-weisse Etikette, an der die zwei Bändel befestigt sind, mit denen der Kittel um den Bauch herum zugebunden wird. Man hält die Etikette an der weißen Hälfte, entfernt den Bändel aus dem blauen Teil und reicht diesen einer Hilfsperson, die nur den blauen Teil anfassen darf. Dadurch wird gewährleistet, dass sie den Chirurgen bzw. die Chirurgin nicht kontaminiert. Da die Farben der Etikette variieren können, wird das Eindrehen hier nochmals anders erklärt. Der kürzere Bändel wird aus der Etikette gerupft und die Etikette in der Hälfte gehalten, in der der längere Bändel steckt. Die Etikette wird nun einer Hilfsperson übergeben, die nur die andere Hälfte der Etikette berührt. Dann dreht man sich von der Hilfsperson weg auf die andere Seite, rupft den Bändel aus der Etikette und bindet die beiden Bändel. Nun ist unser Operateur bereit für den Operationssaal. Die Hände müssen immer an der Vorderseite des Körpers zwischen Schultern und Hüfte gehalten werden. Nur dieser Bereich gilt als steril.